so wie wechsle ich meine ausrüstung ach so alles klar wie lade ich nach ich habe keine munition ich habe keine munition ich habe keine bogen hast du munition du spaßt blöde dumm sauer ernsthaft habe ich keine munition ich kann doch nicht nachladen ich mache nicht danach sein. Komm, Pfeile, irgendwas. Da ist noch eine! Sie ist dahinter! Der hat auf mich geschossen. Ausweiter, wir wissen, dass du da bist! Du hast keinen Ausweg! Nein, sei vor mir! Versuch sie zum Gehen! Mach ich! Aber was steckst du ein? Verdammt, ich ist gut! Ah! Ah! Welchen Schuss habe ich? 41 Patronen! Alles klar! Verdammte Scheiße! Der zwingt nämlich jetzt nicht mehr aus! Oh! Ah! 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 Ich höre gar nichts! Was weißt du? Wahrscheinlich gut! Doch weiter! Okay, ich kann die Gegner nicht im Vorfeld sehen. Das ist... Was, doch mal! Tja, ich kann die Gegner nicht im Vorfeld! Ah! 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 Was ist denn das in der Reihe an? Die Geldhörse, ein gutes Handy, immer dasselbe. Was war es denn? Wieder ein Anker? Nein, sah eher aus wie ein Forschungsschiff. Das heißt, gutes Material? Ich werde es bald wissen. Was zur Hölle? Alles in Ordnung? Ja, scheiße. Ich brauche Hilfe! Ui... Killer Lara ist da. Naja... Sie bringen Leute um. Was? Wer? Männer! Ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Es geht so. Es war sogar erschreckend leicht. Du musst die anderen warnen, Roth. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuch's. Sowieso. Zahlen? Irgendwelche Koordinaten? Wollte jemand, dass es gefunden wird? Nein, nicht? Dankeschön. Boah. Ich versuch's! Nein, ich versuch's. So, lass die anderen Nacht gehen. Ist es ja so, dass man früher oder später aufwacht. Aber hier gibt es kein Aufwachen. Was bedeutet, dass ich wirklich hier bin? Dass ich alles wirklich tue? Nein. Denk nicht darüber nach, Lara. Nicht jetzt. Es hilft dir nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Hoffentlich sind alle euch. Sie müssen. Sie müssen. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier vorgeht. Aber es zählt nur, dass Dwarf einen Weg findet, uns nach Hause zu bringen. Genau. So. Bogenupgrades. Verstärkte Wurfarme. Gewickelte Sehne. Handfeuer Upgrades. 1 von 1 gemeistert. 0 von 5. Finden sie zwei weitere Teile, um ein Upgrade freizuschalten. Dadurch mehr Schaden. Ja, zu wenig. Ja, viel zu wenig. Okay, ich könnte höhere Munitionskapazitäten haben. Ne, Rückstoßkompensierung. Okay. Und das Magazin erweitern. Aber, ich würde sagen, wir machen mehr Schaden. So, was haben wir noch? Wir haben einen Fähigkeiten-Punkt. Gut. So. So. Alles klar. Fuh. Oh nein. Der Westenstrand hat sich gerade gemeldet. 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 Der Westenstrand ist unterwegs. Brauche ich eine Fackel? Der Westenstrand ist unterwegs. Okay, jetzt wird es spannend. Jetzt wird es herausfordernd. Der Westenstrand ist unterwegs. Der Westenstrand hat sich gerade gemeldet. Der Westenstrand hat sich gerade gemeldet. Der Westenstrand hat sich gerade gemeldet. Der Westenstrand ist unterwegs. Ist da irgendwas von was ich gebrauchen kann? Oder? 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 So, jetzt reicht's aber. Juhu, ich muss los. Ui. Ich schaffe es. Ja, klar. Mach keinen Kratsch, Mädel. Ist alles nur Weinkraft. Ich kann schon. Kurz durchatmen, weiter geht's. Ich komme, Rath. Schiff, Rath war zerwischt. Mit Gott hatte das hier nichts zu tun. Schein dich zu sehen, Kleines. Freut mich auch. Sorry, aber das sieht echt übel aus. So übel nun auch nicht. Hast du was von den anderen gehört? Nichts. Warte, was hast du vor? Die Wölfe haben einen Rucksack. Der Sender vom Rettungsboden ist da drin. Finden wir den nicht wieder. Werden wir hier nie mehr wegkommen. Aber du brauchst Verwandtszeug, Morphium, Desinfektionsmittel. Alles im Rucksack. Scheiße. Ja gut, einer muss es machen. War klar. Tu mir das nicht an, nur verdammter Mistkerl. Oh, Gott sei Dank, ihr lebt. Okay. Das Feuer hält ihn erstmal warm, auch wenn es regnet. Aber wir haben nicht so viel Zeit. Komm schon. Ja. Dieser Gedankenblitz. Zack. Wo ist der Rucksack? Was mach ich jetzt bloß? Komm, das wissen wir doch beide. Das Rudel ist irgendwo da oben. Habe ich irgendwelche Punkte? Fähigkeiten? 91 Bergung ist gut. Ich kann aber keinerlei Ausrüstung verbessern. Ich brauch die 200 irgendwas. Alles klar. No. 3 Da läuft ein Huhn rum. Wie jetzt? Was hab ich denn jetzt gemacht? Ach so, Statuen geläufen. Ja, das ist klar. Ja, das ist klar. Das wird glaube ich nicht so einfach werden. Ja, das ist klar. Okay, lasst uns noch ein bisschen weiter. Ja, das ist klar. Ich hab keine Fähigkeitenpunkte, verdammt. Ja, das ist klar. Ja, das ist klar. Okay, wie komm ich da hoch? Was hilft mir nicht? Ja, das ist klar. Okay. Klar, an den Sagen kann ich mich ja festhalten. Okay, ich komm näher. Warte. Was haben wir denn da schönes noch? Da kann man hoch. Da kann man da rein, glaube ich. Okay. Hier muss ich übers Flugzeug irgendwie drüber. Okay. Ich hab keine Fackel bei, verdammt. Das ist ja immer Feuer. Ich hab keine Feuer. Okay. 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 Ich nehm mal Feuer mit, vielleicht hilft's ja. Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Oh Gott, diese Musik! Ich will nur den Rucksack. Sonst nichts. Haben wir alles? Okay, jetzt zurück zum Roth damit. Okay, ganz ruhig. Ich hab zu früh gedrückt. 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 Alter, Lara ist aber auch krass drauf. Nein, wo ist meine Fackel? Mann, bist du doof. Ich hätte aber schon gern das Bergungsblut. Verdammt. Mann, bist du doof. Ich hätte aber schon gern das Bergungsblut. Verdammt. Oh, come on. Ah, wie geil war das denn? Wo haben wir das Holz da her? Wo lernt eine junge Lady wie du denn solche Sachen? In der Spätschicht im Nine-Bells? Gegen eine Scherbe ist ein Wolf gar nichts. Hey, du hast ihn. Gut gemacht. Also, ich nehme mal an, dass jemand damit hoch zum Funkturm soll? Naja, es ist die beste Chance, ein starkes Signal in alle Richtungen zu senden. Hör zu. Lara. Dieser Notruf muss gesendet werden. Und ich kann erst mal eine Weile nicht klettern. Ja, ich hatte schon befürchtet, dass du das sagen würdest. Du schaffst das, Lara. Immerhin bist du nur Croft. Ich bin nicht dieser Art von Croft. Doch, bist du. Du weißt es nur noch nicht. Ja. Dann hoffen wir mal, dass ich schnell lerne. Bitte. Sei vorsichtig, Lara. Ich versuch's. Du solltest die Axt erst mal an der Felswand da drüben ausprobieren. Ah, okay. Ja, dann machen wir das drauf. Schrei um Hilfe, erklimmen Sie den Wasserfall. Die Säule. Die Säule. Ich versuch's. Das ist echt nicht sehr.